willkommen und zurück zur neuen folge von minecraft ja lass mich kurz lügen ich habe vergessen worum es geht was wollten wir dann machen verdammt das ist keine minute her habe ich die letzte folge erst beendet immer noch weil ich ja durchgehend aufnehmen will damit auch wirklich folgen da sind über die feiertage und so weiter und so fort einfach der 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 alleine ist sich langweilt was auch immer dass er was anderes zum langweilen hat sich voll labern lassen kann so wie man es halt macht in den feiertagen was wollte ich jetzt aber machen ach genau ich wollte glaube brücken und nicht brücken ich wollte ihr wisst schon was irgendwas machen so machen wir einen auf den hier ich glaube das war falsch oder das nicht mal gucken ich glaube ich habe es doch gewusst ich habe es doch gewusst so machen noch auf den ja ist auch gut so gut dann machen wir es so okay und dann zack okay wir werden wahrscheinlich noch sehr viel mehr von dem zirk hier brauchen ich weiß bloß nicht wie viel okay den machen wir jetzt noch und dann müssen wir mal gucken ich denke das sollte reichen okay warum haben wir eigentlich so viel erde wir haben doch eben die ganze zeit keine erde abgebaut oder bin ich jetzt blöd wir hatten nur einmal er damit dabei und die haben wir irgendwie abgelegt bin ich der meinung auch nicht okay die lassen wir da die nehmen wir mit die kann weg das kann weg das kann da hin und holz haben wir da erde brauchen wir haben wir gerade beschlossen axt lassen wir facken und dings müssen wir jetzt mitnehmen also das 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 was brauchen wir noch nicht so viele stecker brauchen wir nicht und so viele stecker brauchen wir nicht und dann müssen wir lieber dich hier so ich habe noch keine leitern gebaut ich bin so besoffen so also 6 6 ist das gut ich weiß gar nicht ob das eine gute zahl ist sind eigentlich sieben dragon boys ne also müssen wir eigentlich sieben machen so gut die sieben so so ähm stöcker 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 nehmen wir die mit ne fucken haben wir genug okay dann machen wir das so okay dann das dahin das tauscht jetzt mal mit dem hier und dann ist mir das eigentlich egal egal so so und dann müssen wir uns irgendwann nochmal um unseren garten kümmern warum steht denn da so ein block raus war ich das etwa mal war ich das mit dem block das ergibt doch gar keinen sinn warum sollte ich dort ich glaube ich muss mir mal die folgen zu dem haus angucken da ist irgendwas nicht ganz geheuer ist das hier auch so ne ne h 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 So, na gut, dann haben wir hier wieder so einen komischen Wunderkasten. So. Und dann machen wir dasselbe wie drüben. Wir ziehen hier einfach so ein... Ah, wir haben kein Glas dabei. Was ist denn das da hinten? Achso, das sind diese komischen... Ich wollte gerade sagen, was ist denn da jetzt im Wasser drin? Dabei sind das diese komischen Quallen oder was auch immer das ist. Äh, die Musik ist gar nicht an. Muss ich nicht verstehen, aber auch okay. So. Okay, ich versuche jetzt einfach mal... Pass mal auf. Ähm, wird es schon wieder dunkel oder täuscht das jetzt? So. So machen wir das einfach. Wir legen hier einfach ein kleines bisschen... Und wieder mit der Brücke los. Es war immer noch Holz, tut mir leid, aber... Wir fällen es rüber hin jetzt erstmal nicht mehr. Hoffe ich. So. Okay. So. Kann man auch soweit das schaffen. Ansonsten, lass mal die beiden nochmal kräften. Oh Mann. Den Tisch haben wir aber mit, oder? Ja. Sehr schön. Hä? Warum hocken der sich jetzt gar nicht mehr hin? Ah, jetzt. Was war das denn gerade für ein Reflex? Ich bin da gesetzt. So. Na. So, dann ist das Kapitel auch bald abgeschlossen. Das ist sehr schön. So, jetzt müsste man sich eigentlich überlegen. Ob man sich eigentlich zum Haus da noch so einfach... Gang rüber machen und, äh... Wäre doof, hin im Dach, ne? Wenn auf dem Dach was spawnt. Dann könnten ja die Monster bei uns landen. Ne, das lassen wir nun doch lieber. Ja, an sich wäre das sicher eine gute Idee. Von der Brücke aus einfach ein Haus reinzumarschieren. So, und das reicht hier tatsächlich nicht. Aus. Okay. Er hat es so gewollt. Dann... Ja, ne. Müssen wir so nehmen. Okay. Reicht das? Dicke. Oh, ne. Bin ich mir erstmal? Ja. Die 62er. So. Okay. Also so langsam. Witz. Können wir nicht anders sagen. Okay, und dann würde ich mal behaupten. Ups, zum Ort Render. Was mache ich denn hier? Ist ja grauenhaft. So. So. Ja, das ist auch nicht besser, aber mein Gott, was soll's. So, dann können wir jetzt quasi... ...hier hochspawnen. Wenn ich es nicht verhindere. Was ich aber tun werde, worauf könnt ihr euch verlassen. So. Ich hab da immer echt kein Gas dabei. Das ist echt ehrlich. Na, komm. Was? No. Werd ich denn schon wieder... ...aufmachen. So, und jetzt kümmere ich mich mal hier um. Leicht. So. Und am besten... Hier braucht man kein Blas. Vielleicht können wir das an die Fenster reinsetzen. Und unten auch noch rausleuchten. Na, das ist doch ein Scherz. Schlechter Scherz. So, und dann hier noch einer. Und dort. So. Und dort haben wir jetzt was bei mir. Und dann... Weiß ich auch nicht. So, und hier. Na, das war klein. Okay. Und dann würde ich sagen, nochmal hier. So eine Vatel. Und da. Ja, also ein bisschen. Und dann kümmern wir uns um dort hinten. Und dann. Okay, dann geht's jetzt also mit Zaun und Facken weiter. Also, Zaun. Und Facken. Wir sind aber fast durch, Leute. Ihr habt's gesehen. So lange dauert's eigentlich nicht mehr. Aber ich muss trotzdem auf die Uhr gucken. Es tut mir leid. Also, für die nächste Brücke, da müssen wir uns irgendwas anderes anfangen lassen. Das so einzeln zu machen ist doch ein bisschen mühselig, möchte ich behaupten. Wenn auch noch ein kleines bisschen, das ist doch nicht viel, aber es ist doch ein bisschen anstrengend. Gerade weil man hier immer so präzise hochziehen muss, dasselbe Spiele nochmal mit den Feilen, das ist echt ein bisschen hart, äh, da, so, und irgendwann schwimmen die Panther, ups, das wollte ich jetzt nicht, das tut mir aber sorry, äh, ich sehe hier gar keine Monster, das ist sehr schön, aber da hinten der Wald, hohoho, das wird ein richtiger Wald da, ne, und ich wette mit euch, es sind doch nicht alle Bäume gewachsen, äh, eine Frage. Das Sprennkunde hinten rein, ich wette ich jetzt hoch, hab ich recht? Oh Mann, ich werde wohl niemals in Sicherheit sein, ich werde am besten nicht nach hinten bringen. so, ich werde noch nicht nach hinten sehen, das wurde noch gebracht. Ne, wir sitzen da hoch. So, das Stück ist ab. So, Stück für Stück. Oh, ich glaube, die reichen hier aber aus. Das ist sehr schön. Das freut mich unheimlich. So. So, super. Puh, jetzt holen wir noch die Packe oben drauf. Dann ist das soweit auch erledigt. Kleine Stückchen noch. So, warte mal, die Spuren können wir hier nicht durchmachen, weil ich, dass hier jetzt die Brücke ist, also wie die, der Zaun. Aber sehe ich gerade. Ich werde hier die Folge erstmal bringen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.